Hallo Schönen Freunde und willkommen zu einer neuen Folge Cockroach TV. Das letzte Mal als ich euch die Ausbeute zusammengezeigt habe, liegt schon ein bisschen weiter zurück, irgendwann Mitte im Jahr 2016. Und da habe ich mir gedacht, dadurch dass er jetzt wieder die Terroristika ein haben war, möchte ich euch auch hier diesmal an meiner Ausbeute dran teilhaben lassen. Ja, ich habe mir auf jeden Fall erstmal ein Döschen Archimandrita teselata geholt, denn meine Kolonie ist schon recht lange mit dem gleichen Blut und da hilft auf jeden Fall ein kleiner Ausgleich, sprich neues Blut mal hinzuzufügen. Hier sind es 10 Stück glaube ich, einmal hier das adulte Männchen und zack, da ist er runtergefallen und jetzt hier noch einmal ein adultes Weibchen. Die sieht auch schon recht trächtig aus, also nicht trächtig in dem Sinn, dass sie schon eine fertige Utik drin hat. Und so, außerdem dann auch nochmal, bleiben wir gleich mal beim frischen Blut, und zwar Ailuropoda Insignis, die Flachhorn, Fauchscherben oder im Englischen als Flachhorn, Hissy, Cockroach bezeichnet, auch da nochmal eine Dose für frisches Blut. Ja, das ist eine kleine Ergänzung zur Börse aus Karlsruhe, wo ich 70 Lusirometica Subkingta bekommen habe, um da aber auch nochmal alternatives Blut mit drin zu haben, habe ich hier nochmal 40 Subkingta für gerade mal 10 Euro bekommen. Außerdem will ich jetzt auch wieder mit der Futtertierzucht ein bisschen anfangen, da habe ich mir jetzt nicht 100, nicht 200, sondern 300 Panklora Spec Giant geholt, oder auch als Bananenschabe bekannt, die große Art. Ja, Dubias hatte ich mal eine Zeit lang gehabt, die habe ich dann abgegeben und jetzt versuche ich mich mal an den Bananenschaben als Futtertiere. Die Bananenschaben brauchen eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit, und daher bringen die Eierpappen leider nicht mehr wirklich was, denn die fangen da bei etwas höherer Luftfeuchtigkeit schon an zu gammeln. Deswegen hier die halben Kokosnüsse, ich hoffe mal, dass das ein bisschen resistenter gegen diese hohe Luftfeuchtigkeit ist. Und falls ihr Alternativen habt, schreibt es mir auch gerne nochmal unten in die Kommentare, was man dann noch so als Versteckmöglichkeit bei hoher Luftfeuchtigkeit benutzen kann. Ja, und last but not least, eine seltenere Zwergfauchschabenart, die Ellipturina Levigata, habe ich jetzt 17 Stück für einen sehr, sehr guten Preis bekommen. Die Levigata hatte ich ja schon mal in meinem Fauchschabenhaltungsvideo gezeigt, und es ist nur mit einer der seltensten Zwergfauchschaben, die es gibt. Ja, Zwergfauchschabe kann man aber auch schon fast nicht mehr sagen, denn wie ihr hier seht, ist so eine Levigata, so ein ausgewachsenes Tier, schon fast so groß wie eine normale Portentosa. Also, aber auf jeden Fall sehr, sehr schöne Tiere. Das war es gewesen mit der heutigen Folge CockroachTV. Wie fandet ihr denn meine heutige Ausbeute? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare rein. Ich bin ziemlich zufrieden, einfach dadurch, dass wir hier eine recht seltene Fauchschabenart, wie die Ellipturina Levigata, gefunden haben. Dadurch, dass einfach meine Tiere nur nicht alt genug sind, um sich weiter vorzupflanzen. Tesselata, auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass da auch wieder frisches Blut reinkommt. Ja, und außerdem halt eben noch die Futtertierzucht mit dem Tanclora Spec Giant, den Bananenschaben. Dadurch, dass da Kalle auch einfach mit den Dubias viel macht. Und so haben wir einfach, er hat die Dubias, ich habe die Bananenschaben. So, da können wir uns aus manchen die Quere und außerdem ist es auf jeden Fall eine echt schöne Art. So, außerdem sind wir kurz, ja kurz ist relativ arm, wir sind jetzt bei 220 Abonnenten, sollten es jetzt sein. Zumindest sind es jetzt noch, als ich geschaut hatte. Also nur noch 30 Abonnenten, dann gibt es die Roomtour zum 250 Abonnenten Special. Also teilt das Video, liked das Video, abonniert fleißig und dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Bis bald und ciao, ciao. Bis bald, bis bald, bis bald.